Ist das wichtig, dass man immer die gleichen Klamotten hat? Ab 50 ist das wichtig. Vertrau mir. Darum schön, dass du wieder eingeschaltet hast und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast, die DRW-Versteher. Melden sich zurück, dieses Mal wieder aus dem Abbey Road des Münsterlandes, hier aus dem Storia-Mastering-Studio. An meiner Seite natürlich wie immer gut gelaunt und full druff auf Kaffee und Quackbällchen. Björn, die goldenen Ohren von Holtwig Schlüter. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt zur neuen Folge und schön, dass du natürlich den Weg aus Münster-Wolweg wieder auf dich genommen hast, hier in das Storia-Mastering-Studio. Ich freue mich sehr, euch den Mann an meiner Seite vorstellen zu dürfen. Ich glaube, ich muss es eigentlich gar nicht tun, aber hier ist der Jonas, the only one, Wagner. Ja, oft erreicht, nie kopiert, da ist er, kurz nachgedacht. Ich konnte ja quasi heute gar nicht wegbleiben, weil letztendlich die verlockende Herausforderung in ein MD421 reinzusprechen, weil die aufmerksamen Leute, die uns bei YouTube zuschauen, werden bemerkt haben, dass hier nicht die Headsets an unseren Köpfen wabern, die wir sonst immer haben, sondern dass wir uns als Inspiration oder nach der Inspiration von der letzten Folge jetzt mal vor dynamische Mikrofone gesetzt haben und für alle, die uns zuhören, kurz sei erklärt, dass wir tatsächlich vor zwei MD421 von Sennheiser sitzen in der Ausführung. J21N. N. Genau. Für normal. Ich weiß gar nicht, ich habe das schon mal irgendwann nachgeschaut in der Vergangenheit, als ich auf Shopping-Tour war für diese Mikrofone. Ich habe es aber ehrlich gesagt vergessen, was es heißt. Aber irgendeiner weiß das bestimmt, der schreibt es uns in die Kommentare. Ja genau, ich habe nämlich auch 421er zu Hause, weil ich damit damals auch meine Toms aufgenommen habe, weil man ja überall liest, dass man Toms eigentlich nur realistisch aufnehmen kann mit MD421 realistisch. Und ich habe meine aber mit Kleintuchelanschluss, deine haben einen Großtuchelanschluss. Und der Kleintuchelanschluss bei mir bringt auch die Möglichkeit mit, dass da so ein kleines Drehrädchen dran ist, wo man zwischen M und S umschalten kann, also nicht mit der Seite, sondern Musik und Stimme. Eigentlich ist es nur ein Low-Cut. Ist das so? Ja, ist tatsächlich nur ein Low-Cut. Wenn du auf Musik stellst, deswegen, wenn du ein MD421 vor Stom stellst, bitte auf M stellen, nicht auf S, weil sonst hast du keinen Boom, sonst hast du nur Back, Back. Ne, so schlimm ist es nicht. Und tatsächlich gibt es ja noch die Steigerung von diesem Mikrofon, die ich hier auch demnächst irgendwann mal im Einsatz sehe. Wenn ich nur ein zweites kriege, dann ist es MD441 von Sennheiser. Der hat sogar einen fünfteiligen Schalter. Das heißt, du kannst in fünf verschiedenen Stufen diesen Low-Cut dazu schalten, aber ist auch M und S und seine Zwischenstufen auf jeden Fall. Ja, ich habe diese tollen Mikrofonnummer irgendwann gebraucht gekauft, relativ günstig tatsächlich über eBay Kleinanzeigen. Und deswegen ist auch diese wunderbar komplett fremde Spinne da irgendwie dabei. Also die habe ich damals so gekauft, weil der Vorbesitzer gesagt hat, boah, nach dem fünften kaputten, also alle MD421-Nutzer kennen, glaube ich, das Problem dieser, vor allem von den alten Mikrofonen, von dieser Halterung. Da ist halt so ein Plastik, ich nenne es jetzt mal Ärmchen dran. Pinöppel ist gut. Oh, jetzt habe ich Pinöppel, glaube ich, voll ins Mikro gesagt. Der Plosive-Pamper musste jetzt mal richtig reinmal hoch. Ja, das ist natürlich dann der Nachteil. Aber der war auf jeden Fall so genervt von dieser Halterung, dass er dann irgendwann gesagt hat, nee, ich besorge mir jetzt was anderes und hat sich dann diese Spinnen halt gekauft. Keine Ahnung, für was für ein Mikrofon das normalerweise ist. Ich meine, das MD421 ist nicht rund, die Halterung ist rund, aber es hält. Fantastisch und ich benutze es ja normalerweise auch am Schlagzeug, an Toms. Und da hält es auch sehr, sehr gut dann über Kopf, wenn du es auf die Toms richtest oder so. Tatsächlich sieht die Spinne aus wie von einem Rode NT1-A. Da ist nämlich auch so ein Klemmmechanismus, den man dann so anpacken und zusammendrücken kann und so weiter. Aber das nur am Rande. Ich persönlich mag die Originalhalterung, weil die im Gegensatz zur Halterung vom MD441 zumindest aus Metall ist. Das heißt, du hast ja dieses Ding, was du unten reinschiebst, dann hast du so ein Verriegelungsknöpfchen und dann bleibt das eigentlich drin. Beim MD441 ist die Halterung aus Plastik. Und zum Glück kann man diesem Plastik nachkaufen, weil der natürlich traditionell bricht und dann fällt dir dieses sauteure, das kostet heute im Neu immer noch 1000 Euro, dieses sauteure Mikrofon fällt dir einfach aus der Halterung raus. Das kann nicht wahr sein irgendwie. Ihr macht das tollste Mikrofon der Welt, was klingt fantastisch. Und dann, das gibt es doch gar nicht irgendwie, so eine billige Sheet-Halterung dabei. Vor allem haben wir es jetzt auf der Studio-Szene gesehen. Es gibt jetzt ja das 421 Kompakt. Das haben wir ja gesehen. Stimmt, genau, das kleine, genau. Das ist ja tatsächlich halb so groß, wenn überhaupt. Ja, doch, halb so groß schon, würde ich sagen. Ehrlich gesagt, was ist denn da drin in diesem Riesentrümmer? Der ist ja locker 20 Zentimeter lang hier. Also fast, ja, 20 Zentimeter hat dieses Mikrofon. Und eigentlich ist ja nur die Kapsel. Ich meine, die Kapsel, ich habe das schon mal aufgemacht, weil, du hast es ja gerade schon gesagt, dass man beim MD421, wenn es am Tom hängt, gerne mit dem Stock auch mal draufkloppt. Boing. Ja, ich sehe hier bei dir oben eine schöne Beule hier unten. Es ist aber sehr spannend, das dann aufzumachen und erst mal zu sehen, wie dick eigentlich diese Kapsel ist. Das ist ein Riesenteil. Deswegen sind die auch so groß. Ich habe das nur mal auf Fotos gesehen. Und dann kann man nämlich diesen Grill von innen wieder nach außen drücken. Dann sehen die so halbwegs unbeschädigt aus. Aber das ist also für einen passionierten DIYer wie mich ist das schon eine Herausforderung, vor allem den hinterher wieder zusammenzukriegen. Noch schwieriger zusammenzukriegen ist übrigens das C414 von AKG. Weil auseinander geht es super. Und beim Zusammenstecken stellt man fest, das passt alles gar nicht mehr zusammen. Man hat den Eindruck, man hat zwei komplett unterschiedliche Teile vorliegen. Da wäre es jetzt ja richtig doof, wenn man ein C414 hätte, ein altes, das dann ausleihen würde an jemanden, der das dann an die Stanton packt, da aus Versehen draufhaut. Nicht auszudenken. Das wäre total ärgerlich. Ja, vor allem wenn es ein C414 EB wäre. Das wäre total ärgerlich. Ja, ja, gut. Ich kenne so jemanden nicht. Ich auch nicht. Ich kenne aber einen, der einen Schraubendreher hat und das reparieren würde. Also, das wäre doof. Insider-Modus Auto aus, aber Björn hat tatsächlich draufgekloppt auf mein C414. Aber, ne, ich war auch, konnte nichts dafür. Ja, du warst hochmotiviert auf jeden Fall. Die Aufnahme war gut. Ich war drin. Hoffentlich warst du drauf. Aber wo? Genau, also, der Schlag, der hat gesessen. Ich habe den dann einfach getriggert. Nachher. Transient war ja da. Ich habe dann an der Stelle einfach... Hast du den Gong von Big Floyd draufgepackt? Nee, ich hatte ein schönes 20-Zoll-Gong-Tom-Sample runtergefahren, das dann einmal hier das Haus hier zwei Meter nach links gerückt hat. Big Ben. Genau, nee, der Schlag war auf jeden Fall wichtig. Also, zu hören, weil ich auch in ihren Produktionen... Nein, ich wollte noch was anderes erzählen. Was denn? Ich habe es extra tatsächlich... Das war schwer geheim zu halten bisher. Oh, das wäre was. Aber ich habe eine Bestellung getätigt. Nein! Doch, ich habe es getan. Nein! Oh, da bin ich aber schon heiß. Ja. Ich muss verraten den Leuten, die zum ersten Mal dabei sind, worum es geht. Ja, also wir waren ja zuletzt sehr, ja, Kopfhörer-lastig in unseren Erzählungen und in unseren Erfahrungen, die wir so gemacht haben, vor allem in Hamburg. Und mich hat es dann nicht losgelassen, nach diversen schlaflosen Nächten und noch mehr Recherche und Gesprächen mit diversen Leuten, ja, habe ich mich jetzt dazu hingerissen, einen Kopfhörer zu bestellen. Nämlich den Odyssey. Ja. MM500. Ehrlich gesagt, habe ich das auf der Messe schon in deinen Augen gelesen. Auf der Messe hattest du den schon gekauft, aber wie das ja so ist bei so großen Anschaffungen. Ja, da muss man... Man kriecht da drum rum und früher musste man ja dann wieder in die Stadt gehen, nochmal vorm Schaufenster stehen, nochmal in die Hand nehmen, nochmal drüber nachdenken. Dann hat man, da hatte man den Kauf eigentlich auch schon getätigt, aber dann ist man so vier Wochen lang drum rumgeschlichen, um es dann zu kaufen. Und ich habe das in deinen Augen gelesen tatsächlich. Die Entscheidung war längst gefallen. Ja, ich glaube... Da mussten nur noch Bauch und Kopf zusammenfinden. Ja, genau. Und Angebot und Nachfrage. Ich habe es dann tatsächlich bei einem großen deutschen, wie sagt man das, Versandhaus für Musikinstrumente. Nicht dem größten, wer das jetzt denkt. Es geht nicht mit T los. Und da habe ich nämlich noch ein Guthaben. Ah, praktisch. Es gibt ja tatsächlich noch dieses Gebärden, wenn man das so sagen kann, dass wenn man eine Retour macht, da ist ja das größte deutsche Musikhaus in Deutschland etwas anders. Da schickst du was zurück und hast einen Tag später dein Geld wieder auf dem Konto. Ja, meistens schon bei der Abgabe von der Post. Naja, also gefühlt auf der Zahlungsart, über die man halt gezahlt hat. Aber tatsächlich gibt es beim zweitgrößten deutschen Versandhändler für Musikinstrumente im Rheinland anscheinend immer noch die Regelung, dass wenn du ein Geschäftskunde bist, also nicht privat, sondern Geschäftskunde bist, dass dir dann bei einer Retour oder Reklamation das Geld auf deinem Kundenkonto gutgeschrieben wird. Das ist aber ein total, also ich will jetzt nicht schon wieder mit dem Music Store so bashen, ich habe das ja bei den Becken schon getan, irgendwie. Aber es ist schon irgendwie sehr untransparent, weil du kannst dieses Guthaben weder in deinem Online-Kundenkonto einsehen, das schreiben die auch dabei in der E-Mail, wundern sie sich nicht, das ist dann nirgendwo ersichtlich, das heißt du musst einfach wissen, dass da noch was ist. Okay, ich habe jetzt, keine Ahnung, 500 Euro auf dem Guthaben und jetzt haben die mir für diese Kopfhörer eine Rechnung geschickt und dann steht über den vollen Betrag für den Kopfhörer und dann steht da irgendwo ganz klar ein, wenn sie noch ein Guthaben zur Verfügung haben, so ziehen sie dieses bitte selbstständig bei der Überweisung ab. Was? So, das heißt, ich habe jetzt diesen Betrag von der Rechnung genommen, habe dann mein Guthaben vom Kundenkonto jetzt selbstständig abgezogen und habe dementsprechend weniger... Und wartest du jetzt auf die Mahnung oder was? Ja, und ich bin noch gespannt, tatsächlich muss ich da noch mit meinem Steuerberater-Buchhalter drüber sprechen, wie kriege ich das denn jetzt irgendwie verbucht, wenn ich eine Rechnung habe, in der ein ganz anderer Betrag steht. Ja, ich weiß, da gibt es mit Sicherheit Leute, die das tausendmal besser wissen als ich, mein Steuerberater weiß das aber auch, macht euch keine Sorgen. Das wird alles zum Besten gehen. Zum Besten sich wenden. Ja, ja, genau. Und im Zweifel kenne ich viele Steuerfahnder und Finanzbeamte, die werden mir da mit Sicherheit helfen, sodass ich, wenn dann, nur kurzzeitig in Untersuchungshaft komme oder so, damit ich zum Podcast wieder draußen bin. Komm, wir trinken mal kurz einen, dann erzähle ich nämlich auch noch eine Geschichte dazu. Da gibt es nämlich eine Erweiterung zu dem Ganzen noch. Oh, das ist aber jetzt auch komisch hier mit Kaffee trinken. Aber lecker ist er immer noch. By the way, vielen Dank für die leckeren Kaffee-Zusendungen, die uns regelmäßig erreichen. Ich habe eine kleine Bitte, auch wenn es ein bisschen unverschämt klingt. Wir haben genügend Kaffee aktuell. Also, falls ihr uns was Gutes tun wollt, hier unterm Video ist ein PayPal-Me-Link. Der ist auch sehr klasse, weil ich habe nämlich auch Tankkosten zum Beispiel, um hierher zu kommen oder wir haben Produktionskosten und so weiter. Die lassen sich gerne auch, die lassen sich nicht mit Kaffeebohnen bezahlen, auch wenn die sehr lecker schmecken. Deswegen, wenn ihr uns aktiv unterstützen wollt, sehr, sehr gerne. Am liebsten über den PayPal-Me-Button, weil da wird nämlich am wenigsten Gebühr abgezogen. Wenn man nämlich hier über YouTube zum Beispiel Geld schicken möchte, geht das auch. Aber da zockt sich Google dann mal locker 40 Prozent von weg. und da ist nämlich neulich ein freundlicher User draufgekommen und hat gesagt, ich habe gerade rausgekriegt, dass sie sich so und so viel Kohle wegziehen. Ich spende jetzt nur noch über PayPal-Me. So, bitteschön. Danke übrigens an dieser Stelle. Ja, vielen Dank. Natürlich auch für den Kaffee. Ja, genau. Ich meine, das soll jetzt kein... Aua! Das Stativ... Entschuldigung, ich habe mir die Finger gestoßen. Das ist der Nachteil, wenn man kein Headset aufhandelt. Natürlich vielen Dank für den Kaffee. Und da ist auch wirklich ganz, ganz viel toller Kaffee dabei. Super geile regionale, lokale Sachen und sowas. Aber wir treffen uns halt nur alle zwei Wochen, trinken da im Schnitt zwei Kaffee. Der muss natürlich gut schmecken, keine Frage. Tut er ja auch. Aber wir haben jetzt so gefüllte, weiß ich nicht, fünf Kilo Kaffeeboden, glaube ich. Da heißt, da kommen wir so den nächsten 40, 50 Folgen. Also zwei Jahre. Ja, ungefähr mit aus. Ja. Aber um die Geschichte weiterzutragen. Genau. Zurück zum Music Store. Wie auch immer. Ich bin gespannt, wie sich das gestaltet nachher. Aber ich habe jetzt die Odyssey MM500 bestellt. Oh, die freue mich schon drauf. Und die haben aber eine Lieferzeit von knapp 14 Tagen, glaube ich, hat er geschrieben. Echt? Der Kollege. Okay. Das ist natürlich jetzt die schlimmste Zeit, dann drauf zu warten. Aber Vorfreude ist die schönste Freude. Vorfreude ist die schönste Freude, auf jeden Fall. Deswegen freue ich mich sehr. Aber in dem Zusammenhang, du hast bestellt als Geschäftskunde und so weiter. Ich habe da noch eine Steigerung, weil ich habe für mich zu Hause mal Audiozeugs bestellt. Also um genau zu sein für eine Raumkorrektur, zwei AXA. Zwei AVA von Psy Audio, genau. Ach so, diese, ja. Zwei, das sind so aktive Bassfallen, mehr oder weniger so. Die sind sehr teuer und ich wollte die nicht nur ausprobieren, ich wollte die privat einfach haben. So, also es ist halt in meinem Studio. Aber ich wollte die privat haben, für mich. Habe ich nicht in die Bücher reingeschrieben, sondern wollte ich privat für mich haben. Und dann hatte ich aber. Weil ich gedacht habe, das kann ich nicht vor dem Geschäft verantworten. Vielleicht bin ich selber schuld, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich die privat bestellt, privat bezahlt. Und dann, als ich entschieden habe, also für die Kohle liefern die nicht genügend Leistung. Also nicht so viel von, was ich erwartet habe dafür, mache ich halt von meinem Widerrufsrecht Gebrauch als Privatperson. Und dann wurde geschrieben, du machst ja hier Audio beruflich, deswegen bist du nicht privat. Wo ich mich gefragt habe, wenn ich die jetzt in mein Wohnzimmer mit einer Hi-Fi-Anlage reingesteckt hätte, habe ich natürlich auch. In deinem Kino hast du das? In mein Kino, genau. Oder das zum Beispiel, wäre mir dann nicht erlaubt, als Privatperson professionelles Audio-Gear zu bestellen. Also mit anderen Worten, die Avas stehen immer noch bei mir, die machen auch einen guten Job und so weiter. Aber eigentlich hätte ich sie wieder zurückgegeben. Aber jetzt waren sie ja bezahlt. Ich bin auch dabei, momentan Sachen zu veräußern, wo ich feststelle oder festgestellt habe, dass sie sehr, sehr lange keinen Zweck erfüllt haben oder unter Umständen noch nie eigentlich einen großen Zweck erfüllt haben. Sind wir doch mal ehrlich, das kennt doch jeder von uns. Man kauft irgendwas und das bezieht sich jetzt nicht nur aufs Studio. Es geht jetzt nicht darum, dass man irgendwelche Plugins kauft, wo man danach dreimal benutzen denkt, ja, schade, irgendwie hätte ich mal lieber vorher vernünftig getestet. Nein, es geht, keine Ahnung, um so viele Sachen. Jeder hat zu Hause gefühlt fünf Küchenapparaturen, schräg, schräg, Geräte, die er nie benutzt. Doch, alle. Genau. So, wir machen mal eine kleine Umfrage. Wann habt ihr zuletzt euren Sandwichmaker benutzt? Wann habt ihr zuletzt euren Crepemaker? Habe ich nicht. Ja, also bei einigen Leuten. Hast du ein Crepemaker? Ne, ich nicht, aber ich kenne tatsächlich einige. Ich meine, klar, da kommt man dann zu Besuch hin und dann sagen die, heute gibt es ein paar Feindes und machen mal einen Crepe. Und dann denkst du natürlich so, geil. Dann sitzt du nachher im Auto auf dem Rückweg und dann sitzt eventuell noch eine Person mit dir im Auto und sagt, Mensch, das wäre doch auch was. Und du denkst, erstens mal weiß ich gar nicht, wo ich das hinstellen sollte noch zu Hause. Und zweitens mal müssen wir dann jetzt einmal in der Woche Crepe essen, damit das irgendwie lohnt. Das erinnert mich an mein Waffeleisen, was ich dreimal im Jahr rausholte. Genau, wir haben auch ein Waffeleisen. Wir haben ein Waffeleisen für belgische Waffeln. Ganz wichtig, das ist was ganz anderes vom Geschmack. Ganz anders. Also es gibt ja so viele Dinge und leider gibt es das ja auch im Studio. Beziehungsweise bei mir ist es natürlich auch so eine Mischungsstudio. Ich habe ja auch natürlich viel Drum Equipment, wo ich so denke, also mit meinem Beckensammelsurium könnte ich jetzt mittlerweile auch schon irgendwie gefühlt einiges ausstatten. Vor allem von, ich sage jetzt mal Rock bis Klassik irgendwie. Das heißt, da muss jetzt zwischendurch auch mal ein bisschen was gehen. Ja, oder die Dinge, wo so eine Emotion dran hängt, wo man denkt, dass man die unbedingt haben muss. Also ich habe zum Beispiel vor, wie lange ist das her, 10, 12, 13 Jahre, da ist so ein Ding durch meinen Kopf gespukt, dass ich gedacht habe, ich brauche dringend ein Fender Rhodes. Natürlich. Also jeder braucht ein Fender Rhodes natürlich. Sonst hast du ja kein Studio. Ganz genau, sonst hast du kein Studio. Ich habe zwar auch eine Lavalampe, aber ohne Fender Rhodes hast du definitiv kein Studio. Und jetzt muss man ja nochmal festhalten, dass ich jetzt nicht gelernter Pianist bin. Ich bin Gitarrist, das heißt, ich kann ein paar Tasten drücken, aber so im Zusammenspiel mit der DAW geht das so, einigermaßen so. Den Rest mache ich dann fix it in the mix. Auf jeden Fall, ja, dann Augen aufgemacht, dann das Rhodes gekauft und ich habe ein sehr geiles gefunden, das komplett mit Flukati bezogen ist. Leider verklebt, aber ist auch geil irgendwie, weil das hat keiner. Also da steht also jetzt zu Hause dieses Rhodes, dann habe ich das noch zu einem Spezialisten nach Stadthagen geschleppt irgendwie. Der hat eine Warteliste von einem Jahr gehabt. Da stand das erstmal ein Jahr bei dem rum, bis der das dann repariert hatte, weil der halt immer sukzessive und auch nur in seiner Freizeit repariert hat. Aber ist halt der Beste, so. Dann habe ich meinen Rhodes wieder gekriegt, habe das zu Hause hingestellt. Dann habe ich mir noch zwei Finder Champ Röhren Amps gekauft. Noch ein Tremolo, also ein Riesenprojekt. So, dann steht das da alles. Ich mache den Twin an, mache die bei den Champs an, irgendwie mache das Rhodes an, mache das Tremolo an, spiele so ein bisschen, stelle so fest, okay, ein Rhodes fühlt sich anders an als ein Klavier oder eine MIDI-Tastatur. Das ist natürlich, wenn du zu schnell zum Beispiel auf die Tasten drauf haust, dann ist das Read, also der Klangerzeuger, ist auf der falschen Stelle. Und dann kriegst du keinen Ton, sondern macht das aber, also nichts anderes. Dann kommt, der Ton ist einfach weg. Muss man also lernen zu spielen, wie eine Orgel auch, so. Und dann irgendwie gespielt und festgestellt, okay, also da kommt jetzt irgendwie nicht der Sound von den Bee Gees raus, den ich so erwartet habe irgendwie. Dann noch ein bisschen rumgetüftelt, festgestellt, okay, alles klar, Rhodes ist schon sehr geil, aber um den Bee Gees-Sound hinzukriegen, muss ich echt lange fummeln. Und außerdem das Plugin von, was in Logic schon eingebaut ist, nicht zu sprechen von dem Original, von den Plugins von Native Instruments und so weiter. Dann mache ich einen Knopfdruck und dann klingt das in der Bee Gees, bitteschön. Und seitdem steht jetzt dieses wunderbare, generalrestaurierte, schöne Rhodes bei mir im Studio, im Nebenraum. Und ja, aufruf, falls jemand ein Rhodes haben will. Ich würde es adäquat veräußern und wenn der Phlogati euch nichts ausmacht, ich gebe es gerne ab. Das Original mit Originalständerwerk, mit Pedal, mit allem, generalüberholt, funktioniert, alles gut. Hast du das privat gekauft? Ja, genau wie du die Mikrofone gekauft hast, habe ich dieses auch gebraucht gekauft, weil als dieses Rhodes oder diese Mikrofone rausgekommen sind, bei dem Mikrofon warst du noch nicht auf der Welt. Das ist korrekt. Und zwar ich noch nicht auf der Welt, aber wahrscheinlich schon, aber zumindest, nee, tatsächlich, das habe ich privat gekauft in Berlin. Natürlich in Berlin, wo denn sonst, ja. Ich verstehe die Frage gar nicht. Ja, Logo, wo soll es denn sonst ein Phlogati-bezogenes Rhodes Mark 2 73 geben? Ich würde mal behaupten, in diversen Kölner Studios findest du sowas auch. Ja, in Mavic spätestens, weil da sitzt ja der, Lillo heißt er, glaube ich, oder Grillo? Lillo, Lillo heißt er, genau. Der Chef von dem Fanta 4 von The Voice Band. Und so weiter und so fort, im Mavic Studio sitzt er, ja genau. Und ja, spannendes Ding auf jeden Fall, ja, also und von diesem Zeug habe ich jede Menge. Also wie gesagt, ich habe zwei Fanta Champs, ich kann nur einen spielen. Also der eine ist jetzt auch übrig, weil ich ja festgestellt habe, okay, den brauche ich eigentlich gar nicht. Ich weiß nicht, wie viele Mikrofone bei mir rumfliegen, die ich nicht mehr brauche. Ja, davon kannst du einfach mal ein paar hier rüber. Und ich habe auch festgestellt, dass ich dieses Jahr im Adventskalender, der ja am 1.12. startet, wieder mal, traditionell der 8. mittlerweile, das muss man sich mal vorstellen. Apropos Adventskalender, unter die letzte Folge hat jemand geschrieben, wo bleibt der Adventskalender? Ja, welches Jahr? Ich weiß es, ich habe auch gedacht, es gibt ja andere Kalender, ne, irgendwie so, aber ist irgendwo gerade schon Adventskalender? Der gregorianische, ja, oder der orthodoxe oder sonst was, irgendwie, keine Ahnung, vielleicht ist ja irgendwo schon Adventskalender. Aber ich fand die Frage an sich ja total legitim und auch sehr freundlich gestellt, wo bleibt der Adventskalender? Zack, zack. Verdammte Scheiße. Jonas, wo bleibt der Adventskalender? Ja, am 4. November, wir haben ja jetzt nicht den 4. heute, ist der 5, 6, 7, 8, keine Ahnung. Wir sind im November. Anfang November, so, da kann man, ja, wieso, der Adventskalender startet ja quasi mit dem ersten Spekulatius im Regal, oder? Also Anfang September. Ja, direkt mit dem Ende der Sommerferien quasi. Ne, also ich habe festgestellt, dass ich tatsächlich dieses Jahr im Rahmen des Adventskalenders ein Gewinnspiel mache. Ich mache ja jedes Jahr ein Gewinnspiel. Und, Herr Apoprost, wenn ich in diesem, wenn ich in irgendeinem Video Gewinnspiel sage, könnt ihr euch darauf verlassen, dass unter dem Video irgendwelche Bots auftauchen, die euch anschreiben, über Telegram, ihr hättet gewonnen. Also, ich bin's nicht, ne? Also, nur, dass ich, wenn, dann kommuniziere ich über E-Mail, nicht über Telegram. Also, das noch am Rande, aber dass ich so viel Zeug dieses Jahr zugeschickt bekommen habe, dass ich das ja alles wieder verlosen kann. Und da werden ein paar geile Sachen dabei sein. Das heißt, der oder diejenige, die Bock haben auf den Adventskalender, die können sich auf jeden Fall auf diverse Verlosungsartikel freuen, die ich rauskloppe. Da mache ich auch mit, klar. Na gut. Ich stehe ja in keinem, hallo, ich bin ja hier nicht Angestellter oder so. Ja, aber doch. Naja, ist ja auch geschenkt. Aber, also zum Beispiel das ARC-System von Ica Multimedia. Ich habe ja schon eine Raumkorrektur, brauche ich ja keine zweite. Das könnte ich zum Beispiel verlosen oder diverse Mikrofone kann ich verlosen und so ein Zeugs alles, wo ich gedacht habe, ja, das könnte auf jeden Fall mir sich so richtig lohnen, da mitzumachen beim Gewinnspiel. Das klingt so. Vielleicht gibt es ja sogar wieder ein Mastring zu gewinnen. Das wäre ja ein Ding. Ich weiß es nicht. Ich wurde noch nicht gefragt. Na gut. Ich sammle ja noch die Gewinner. Gewinner oder die Gewinne? Erstmal die Gewinne. Nee, die Gewinner, die stehen auch vorher fest. Naja, ihr könnt euch auf jeden Fall, als Quintessenz darauf, könnt ihr euch auf jeden Fall darauf freuen, dass es auch dieses Jahr natürlich wieder einen Adventskalender geben wird. Meine Frau hat schon wieder Angst. Das kann ich verstehen. Ich glaube, den Satz habe ich letztes Jahr auch schon gesagt an derselben Stelle, weil die 24 Tage und die Vorbereitung und der ganze Krams, das geht echt an die Substanz, muss man wirklich sagen. Deswegen, ich bin mal sehr gespannt. Hast du schon angefangen jetzt? Eine Themensammlung natürlich. Ja, weil ich habe tatsächlich festgestellt, dass die Themen, obwohl ich jetzt mittlerweile auf meinem YouTube-Kanal sind, über 700 Videos gelistet, erzähle ich gleich auch noch eine kleine Geschichte zu. Aber 500 originäre Videos alleine zu allen Themen, die, und da sind immer noch Themen dabei, die ich noch nicht gemacht habe. Aber ich habe festgestellt, dass die Themen eigentlich gar nicht das Problem sind, sondern oft die Musik, an denen ich das zeigen will. So, dass ich eine Idee habe für irgendwas und dann denke ich, ja, womit soll ich das denn jetzt zeigen oder sonst was irgendwie. Und das teilweise auch andersrum, jetzt die Mucke zum Beispiel, die wir jetzt im Prinzipalstudio aufgenommen haben, dass mir da bei dem Betrachten der Produktion Dinge auffallen, die ich mal zeigen könnte. Also da ist es dann umgekehrt. Ich sehe die Produktion und denke so, ah, da könnte ich mal wieder drüber reden. So Basics irgendwie, wo du wirklich so denkst, so, ja, das weiß doch jeder. Aber ja, vielleicht weiß es jeder, aber vielleicht muss jeder auch einfach mal wieder daran erinnert werden, zu sagen, dass das einfach da ist und dass es relevantere Dinge gibt als den neuen Spectral Design Harmonics Distressor. Ja, aber da ist es auch schon wichtig. Ja, für die Wirtschaft von dem Plug-in-Hersteller. Natürlich. Sonst nicht mehr Apoprost Plug-in-Hersteller. Da hängen auch Arbeitsplätze an. Wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, über das Update von Studio One. Mhm. Jetzt ist diese Woche das Update für Cubase rausgekommen. Habe ich auch gesehen, Cubase 14, ne? Und ich habe jetzt kein Video dazu gemacht und ich werde auch kein Video dazu machen, weil mein lieber Kollege und mittlerweile schon Geschäftsfreund zumindest, also Freund noch nicht, weil wir uns noch nicht nur erst einmal persönlich getroffen haben, aber Paul Marx, der mit Paul Marx Media den bestlaufenden Cubase-Kanal, glaube ich, in Deutschland macht. Die begrüße, Paul, falls du das hier sehen solltest und ansonsten grüßt den Paul, falls ihr den sehen solltet. Und Paul hat ein Video gemacht zu den neuen Highlights irgendwie 14, zu Cubase 14 und da habe ich gedacht, brauche ich ja kein Video mehr zu machen, Paul hat ja eins gemacht. So. Und dann habe ich mir aber nur die Feature-Liste durchgelesen und da war der gleiche Effekt wie bei Studio One, dass ich gedacht habe, warum soll ich jetzt dafür 99 Euro ausgeben? Da ist nicht ein Feature dabei, wo ich sage, okay, alles klar, das wäre echt, das wäre jetzt so ein, ja, dieses englische Wort Game Changer, so ein Ding, wo ich sage, so ohne das werde ich in Zukunft nicht mehr produzieren können. Ganz im Gegenteil, das steht in dieser Feature-Liste unten drin, das ist jetzt, sitzt du, es gibt jetzt in Cubase ein Volume-Plugin, zumindest habe ich so verstanden, mit dem man, wenn man das in den Kanal reinzieht, dann auch vorm Fader nochmal Volume verändern kann, wenn man schon mal eine Automation geschrieben hat. Was? Krasser Scheiß, ne? Dafür habe ich vor kurzem noch, ich glaube, 899 Euro ausgegeben. Ja, genau. Für einen Drittanbieter Mix-Volume-Game-Plugin. Ganz ehrlich, wenn ich Produktdesigner von Steinberg wäre für Cubase, ey, wenn mir einer die Feature-Liste da hingelegt hätte und hätte gesagt, pass auf, und unten schreibt man dann noch hier, da gibt es jetzt dieses separate Volume-Plugin, mit dem man, wenn man schon mal eine Automation geschrieben hat, also mal davon ab, dass man auch im Equalizer einfach ein dB rauszieht oder im Kompressor oder in sonst einem Plugin. Plugin, was auf der Kette ist, um dieses dB rauszukriegen oder rein, das schreibe ich doch nicht in die Feature-Liste, das ist doch eine Selbstverständlichkeit, da lachen sich doch Leute wie ich drüber kaputt. Dieses Plugin heißt Gain und ist bei Logic seit Version 2.0 drin irgendwie und wir reden über Logic 11 irgendwie, also 2.0 war 1993, keine Ahnung irgendwie. Wobei, da habe ich auch eine witzige Geschichte. Achso, an alle, die mich jetzt bashen wollen für mein Cubase-Bashing, was ich jetzt gerade gemacht habe, ich bin natürlich sehr zufrieden mit Cubase 13, nur dass ich es mal gesagt habe und sehr glücklich damit und arbeite damit auch gerne, aber das Update auf 14 klemme ich mir erstmal. Ja, du, ich habe auch immer noch Studio One 6 und das läuft ganz stabil. Beispiel, bei Facebook bin ich gar nicht mehr so oft unterwegs, aber ich war zufällig mal wieder da und habe gesehen, dass sich da eine Person rumtreibt in diversen, vor allem Mastering-Foren. Oder Gruppen heißt es ja bei Facebook nicht Foren, der immer mal wieder jetzt in den letzten Wochen so Fragen stellt, sowas wie, was wäre euer Traum-Plugin, was noch nicht erfunden wurde oder welche Features würdet ihr da noch reinbauen und blablabla. Und wie sich jetzt irgendwie mal rausgestellt hat, weil das sind natürlich sehr, sehr gut laufende Posts, weil natürlich viele Leute sagen, boah, ich fände geil, wenn man das und so machen könnte und hier und weiß ich nicht und hast du nicht gesehen, wo du beim Lesen teilweise denkst, jo, das ist eine gute Idee, das gibt es wirklich noch nicht, das ist eine gute Idee. Und dann liest du das so durch und dann kommt irgendwie raus, über ein paar Ecken oder wie auch immer sich das jetzt da erledigt hatte, der gute Mann arbeitet für Isotope und holt sich einfach mal schön marktforschungsmäßig, komplett gratis, komplett kostenlos aus den Gruppen mit natürlich auch, also in diesen Gruppen ist Bobcats zum Beispiel jemand, der da auch kommentiert hat. Ja, ja, okay. Was ist dann Isotope Ozone oder vielleicht gibt es dann irgendwie demnächst noch Isotope Ozone Pro oder Professional? Der Ozone Mastering Edition. Aber Ozone ist ja eine Mastering Suite. Ja, aber wenn du dann die Pro-Variante machen willst und nicht Pro dran schreiben willst, machst du die Mastering Edition, da kann man dann in 0,01 dB Schritten machen. Das ist das gleiche Plugin, man ändert nur die Parameter und schreibt Mastering Edition dran und kannst dann für, machst du hinten noch eine 0 dran, ist teurer. Ja, auch möglich. Ja. Ich halte es aber eher für möglich, dass es tatsächlich sowas gibt wie Ozone for the pros, irgendwie, keine Ahnung. Also ich weiß es nicht, aber das war auf jeden Fall sehr interessant. Aber schon Link, ne? Ich meine, es ist ja legitim, ich meine, es ist alles öffentlich, das ist halt nun mal Social Media, ob die Leute jetzt irgendwie Research betreiben und irgendwie gucken, was in irgendwelchen Foren geschrieben wird oder bei Social Media geschrieben wird oder ob sie da halt einfach direkt eine Frage stellen und halt eine Antwort kriegen. Ja, ich meine, es ist ja gut, ein paar haben auch geschrieben, also ich werde den Teufel tun, jetzt meine schon bis zu dem Punkt entwickelte Idee für ein Plugin irgendwie hier kundzutun, weil ich da vielleicht gerade dran bin oder, ne? Es gibt ja wirklich Leute, die sich da ganz, ganz schwer Gedanken auch zu machen, was ich sehr bewundernswert immer wieder finde. Was es alles noch nicht gibt. Ja, was es nicht gibt oder was für Szenarios es gibt, das ist ja diese ganze Reaper-Fraktion auch. Ja. Ich bewundere das total. Ja, aber die bauen ja viel selber, ne? Also da gibt es ja so einen Baukasten bei Reaper, glaube ich, für Plugins, ne? Ja, ich weiß nicht, wie das funktioniert, du kannst da auf jeden Fall tausend Sachen, ich meine, das gibt es ja bei Studio One auch, diese Makros, wo du ja irgendwie, keine Ahnung, bis zu wie viele Arbeitsschritte dann zusammenfassen kannst und die auf einen Shortcut oder hier auf ein Streamdeck legen kannst oder so. Aber bei Reaper ist das ja wirklich krass, ich weiß gar nicht, war das der Andreas Balazkas oder irgendein anderer Kollege, da habe ich das auch mal gesehen. Andreas ist auch lieben, ich glaube, der ist mit Reaper unterwegs. Naja, genau. Der hat dann wirklich irgendwie einen Shortcut, da drückt der drauf und dann werden alle erstellten Regionen in dem Projekt werden als einzelne Wave-Files mit dem nach den Regionen benannten Namen gespeichert. Einmal in 24-Bit, einmal in 16-Bit, einmal als MP3 und dann läuft das da durch und da und automatisch wird noch das Apple Digital Master, läuft noch durch eine andere Shane, damit das irgendwie, das heißt, der drückt auf den Knopf und dann geht der eine halbe Stunde Kaffee trinken und dann ist das ganze Album mit zwölf Tracks in allen Formaten und keine Ahnung, was irgendwie exportiert oder so. Ja, also gibt's ja mittlerweile in vielen DAWs auch Funktionen, dass du in mehreren Formaten ausspielst und sowas, aber dann hast du natürlich überhaupt keine Kontrolle darüber, was passiert in den Formaten. Zum Beispiel, ich möchte ja nicht das Studio One interne Dissering zum Beispiel benutzen, weil das einfach scheiße ist. Ja, okay. Also was heißt scheiße, wenn du jetzt dein Sample in 24-Bit, in dein 16-Bit-Projekt ziehst, dann wird das dem Shaker jetzt keinen Abbruch tun, dass er jetzt ein Dissering bekommen hat, aber wenn du im Mastering bist, wo natürlich möglicherweise ja sogar mehrere Stufen des Dissering stattfinden können, weiß man ja auch nie, oder dann noch Sample-Bake-Conversions, dann möchte ich natürlich schon wissen, was macht das Dissering an der Stelle und möchte auch darüber die Kontrolle haben. Ähm, aber ich find das total faszinierend, wenn man, wenn man halt diese, also sich diese Arbeit macht, das ist ja, du machst ja einmal die Arbeit und hast ja dann so ein Konzept, so ein Prinzip, was du auf Knopfdruck abforderst, ob das jetzt Export ist oder andere Dinge. Es gibt ja Milliarden Möglichkeiten, irgendwas zu automatisieren oder irgendwelche Sachen über so Makros oder so zu machen. Ich hab auch in Studio One ein Makro zum Schneiden, wo automatisch Fades gesetzt werden zum Beispiel. Ja, hab ich auch. Klassiker zum Beispiel. In anderen DAWs kannst du es einfach anders einstellen, dass du sagst, immer wenn ich schneide, soll ein Feld gesetzt werden. Kann man bei Studio One nicht einfach einstellen. Musst du dir ein Makro für bauen, aber ist auch innerhalb von fünf Minuten gemacht. Gibt's gute Videos zu online, wie das funktioniert. Ja, das sind so Sachen, die ich mir für Final Cut dann auch immer wünschen würde, meine Videoschnittsoftware, wobei die mittlerweile auf dem abschüssigen. Also Jungs von Adobe, hör zu. Nee, nee, in dem Fall ist es Apple. Oh, ist das so? Ja, ja, Final Cut ist bei Apple. Da gibt's so verschiedene Funktionen, die da nicht abrufbereit sind. Apropos Apple. Apple. Du hast ja gerade gesagt, dass du es gemacht hast, ne? Du hast dir was gekauft. Den Kopfhörer habe ich gekauft, ja. Ich habe es auch gemacht, weil er ist nämlich jetzt rausgekommen. Wir haben beim letzten Mal darüber gesprochen, der neue Mac mit M4 Prozessor rausgekommen und ich habe lange überlegt, ob ich es machen soll und habe mir jetzt tatsächlich einen Mac Mini bestellt, der, glaube ich, nicht viel größer ist als diese CD, die ich hier in dieser Hand halte. Für alle, die uns nur zuhören, habe ich gerade eine CD in der Hand. Ich glaube, der Mac Mini ist sogar noch kleiner, zumindest von den Ausmaßen her und habe aber tatsächlich also fast das größte Modell genommen, was man so kriegen konnte, so in der Ausstattung, mehr oder weniger und habe auch wirklich tüchtig vierstellig dafür auf den Tisch gelegt und freue mich jetzt aber wie Bolle, dass ich demnächst quasi ein komplettes 10-HE-Reck aus meinem Studio rausverbanden kann, weil da mein 4-HE-Hecke-Dolle, drin ist mit angeschlossener Peripherie und allem Zwicki und Zuppi und ich demnächst nur noch so eine Mini-Pralinenschachtel quasi auf dem Tisch stehen habe, wo demnächst alles rauskommt. Alles schon cool. Ich werde berichten, das wird auf jeden Fall sehr cool sein. Der soll so ab, ich glaube, so im Rahmen der nächsten Folge wird der wahrscheinlich rauskommen, dass er dann lieferbereit ist und dann bin ich mal sehr gespannt. Ja, ich habe auch direkt, als Apple dann gelauncht hat, wie man ja so schön sagt, habe ich auch direkt geschaut wegen einem Macbook. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, Macbook 16 Zoll, Terabyte SSD und ist das dann 64 Gigabyte Arbeitsspeicher, glaube ich? Ich glaube, anders kriegst du den nicht. Wenn du einen Terabyte SSD nimmst, hast du automatisch, glaube ich… Wenn du einen großen Prozessor nimmst, ist das, glaube ich, auch mindestens 48 Gigabyte. Oder 48. Ich glaube, 4.3 lag das dann. Aber ehrlich gesagt, weißt du, was bei dir reicht? Ein Macbook Air 15 Zoll. Ja, nee. Doch. Das reicht. Da steht nicht Pro dran. Ist aber Pro. Und außerdem wiegt das die Hälfte von meinem Macbook Pro. Ich habe ja ein Macbook Pro. Ja, ich weiß. Das wiegt über zwei Kilo. Das heißt, wenn du das am ausgestreckten Arm irgendwo hochheben willst, dann fällt das mit dem Arm direkt runter. Aber wenn ich jetzt an einem Macbook arbeite, halte ich das selten an einem ausgestreckten Arm. Aber das Macbook Air ist für die Kohle und bei den 15 Zoll, bei dem, was du damit machst… Was soll das hin heißen? Du weißt doch gar nicht, was ich damit mache. Kein Videoschnitt. Ja, noch nicht. Okay, da läuft so ein geheimes Ding hier neben mir. Der feine Herr Schlüter zieht so nebenbei so sein neues YouTube-Business auf. Ja, natürlich. Kann ich nicht empfehlen, wenn du mich fragst. Ja, also Recording-Blog gibt es ja schon. Ja, Mastering-Blog. Genau. Das wäre auch geil, ja. Oder Recording-Channel. Oh, krass. Bist du da selbst drauf gekommen? Ja, gerade jetzt. Aber tatsächlich, also jetzt mal um ernst zu bleiben, tatsächlich ein Macbook Air würde mit dem M4-Prozessor bei dir um Längen ausreichen. Selbst wenn du 128-faches Oversampling nimmst und den ganzen anderen Bullshit und alles, was man so anmachen kann. Nein, gar nicht. Ich habe neulich tatsächlich Oversampling mal angemacht und zuerst mal wirklich auch gehört. Die ganze, da kann man nach. Oversampling, Oversampling, alles Kokolores, das haben wir auch früher auch nicht gehabt. Nee, früher, du, früher da hatten wir nur Brot und Wasser, ne? Und das auch nur sonntags. Ja, mit Adat, der hat doch auch gut geklungen. Bestimmt. Also, war doch damals auch schon Shit in, Shit out, oder? Ist das heute anders? Ja, das ist immer noch so. Apropos Recording-Blog. Wir können ja auch mal über Recording sprechen, wenn du Lust hast. Ich habe nämlich ein bisschen recorded. Was ist denn Gitarre? In dieser Woche, nee, da sind mir zu viele Sachen gleichzeitig bei Gitarre. Ich mache lieber Schlagzeug. Ja, richtig so. Damit ich nicht nur die Arme, sondern auch die Beine noch mit dazunehmen kann für den Kopf. Ne, ich durfte mal wieder trommeln für eine Produktion. Für den lieben Claudius. Recording-Blog-Premium-Mitglied. Premium aus Leidenschaft. Ja, mit Sicherheit. Checkt den Claudius mal aus. On the edge. Genau, ich packe einfach mal einen Link zu seiner Musik unten rein, weil der gute Claudius veröffentlicht, nämlich bei Soundcloud erstaunlicherweise. Ja, heute ist auf jeden Fall ein neuer Song von ihm rausgekommen, der aber auch ganz normal auf allen Streamingdiensten verfügbar ist. Season of the Witch, den ich mastern durfte. Auf jeden Fall hat der Claudius ja im Rahmen einer Premium-Mix-Kritik, das gibt es ja im Premium-Bereich. Ist ja auch immer schön, wenn ich mal ein bisschen Werbung für den Premium-Bereich mache. Ich kriege dafür gar nichts übrigens, gar nichts. Nur auf die Mütze. Nur auf die Mütze und Quarkbällchen. Naja, egal. Im Rahmen einer Mix-Kritik im Premium-Bereich haben wir über den Song gesprochen. Namen habe ich gerade vergessen. Und wir haben gesagt, ja, super Song, super Produktion, aber diese Midi-Drums sind einfach nicht so toll. Also vor allem, wenn du kein Drummer bist. Also ein Drummer, der Midi-Drums programmiert, da klingt es schon hinterher meistens nach Schlagzeug. Aber es war halt einfach so, wir waren uns einig, dass echte Drums das sehr aufwerten würden. Ja, definitiv. Und fünf Minuten nach Ausstrahlung dieser Mix-Kritik hatten wir dann, glaube ich, auch eine E-Mail. Hatten wir dann eine E-Mail von Claudius und genau, also durfte ich ja nur mal eintrommeln für ihn und hab mal wieder ein bisschen experimentiert. Wir haben ja viel über verschiedene Mikrofon-Positionen gesprochen und ob das jetzt bei Vincent war oder auch dann mit dem Doom und Snario und wie das alles so heißt. Und tatsächlich hab ich mal mit dem Doom vom Moses Schneider. Also die Mikrofonierungs-Version, wo du zwei Mikrofone quasi auf Höhe der Becken aufstellst, die aber in den Raum reingucken. Genau. Das ist der Drum Dream Room. Also nicht aufs Schlagzeug, sondern in den Raum. Drum Dream Room. Genau, es sollen zwei Nieren oder Hyper- oder Super-Nieren sein, die halt einfach als AB-Pärchen quasi mittig, so nah wie es geht, am Schlagzeug stehen, auf Höhe der Becken aber eben vom Schlagzeug in den Raum reingucken. Genau, dass sie quasi die Becken im akustischen Windschatten haben. Genau, so ein bisschen isolierter sind. Du sagtest eben noch, Moses hat gesagt, am besten Hyper-Niro oder sowas. Ich hab jetzt tatsächlich einfach hier die beiden MD-421 genommen. Ja, Moses nimmt MD-441 in dem Fall. Also die 421, an die wir jetzt reinsprechen, hab ich dafür benutzt. Einfach nur, um das mal zu testen. Ich hab ja hier schon mal, ist ja kein Geheimnis, dass ich jetzt hier keinen 120 Quadratmeter Aufnahmesaal habe. Wer hat den schon? Genau. Aber ich hab ja schon experimentiert, die Türen aufzulassen und dann im Treppenhaus eine Kugel oder Kugeln aufzustellen. Das war ja auch schon ganz cool eigentlich. Ist es auch, ja. Kommt auf die Nachbarn an. Ja, das ist okay. In die Richtung geht's. Das Problem ist eher die andere Richtung. Egal. Und hab gedacht, ja, versuchst es mal irgendwie mit dieser Methode. Also ich wollte ihn jetzt nicht so Moses-Schneider-mäßig stark verfremdet mit Distortion und Gate und sowas, sondern wirklich als Raum benutzen. Ja, ja. Und war doch schwer überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen, was da rausgekommen ist. Erstaunlich, ne? Ähm, schwer überrascht war ich auch, wie schlecht die Sennheiser Blackfire 609. Ich hab nochmal gegoogelt, tatsächlich heißen sie so, das sind die mit der goldenen Kapsel, also nicht goldenen Kapsel, sondern mit dem goldenen Grill sozusagen. Nee, die mit dem goldenen Grill waren die 509. Oder 509? Ja. Also ich hab irgendwas gegoogelt, also 619 sind die 9, ne? Genau, die 9, 9. Ja, das sind halt diese Eier, ne? Und dann gibt's noch die 906, die auch ähnlich aussehen, aber eine andere Kapsel drin haben. Das sind aber relativ günstige, glaube ich, ne? Ich hab ein 403, heißt es, glaube ich. Heute hauen wir auch Zahlen raus hier. Ja, krass. Das musst du dir vorstellen, das MD403 ist damals bei Kassettenrekordern mitgeliefert worden. Also ist im Prinzip die gleiche Verpackung, der Grill sieht gleich aus und so weiter. Es hat aber unten drunter quasi so eine Art Mini-Fuß, dass man dann quasi damit ein Hörspiel aufnehmen konnte, so in den 70ern oder sonst was irgendwie. Und das Interessante ist aber, dass die gleiche Kapsel drin ist. Und im 409, das ist der Vorgänger vom 509, das ist dieses klassische Mikrofon vor dem Gitarren-Emp, was so runterhängt. Und das 509 ja auch nur eben, das gleiche Mikrofon nur schwarz verpackt mit einem goldenen Grill. Also ist exakt das gleiche Ding, nur die Kapsel ist die da. Und im 403 ist dieselbe Kapsel drin, das 509 wird bei Google mit Gold aufgewogen. Ich habe das mal irgendwann für 100 Euro von einem Verleiher gekauft, weil er es nicht mehr braucht. Dann habe ich das für 500 Euro bei Ebay weiterverkauft. Ja, ich habe drei Stück davon. Und das 400, oh, du bist reich. Und das 403 hat die gleiche Kapsel und hat mich mal irgendwann 70 Euro irgendwie bei Ebay gekostet, wo ich dann denke, ja, ich habe die gleiche Kapsel. Du kannst ja Gold ansprühen hier mit so ein bisschen Weihnachts hier, weißt du, mit diesem Lack da. Ich freue mich einfach darüber, dass da so ein usseliges Mikro mit so einem festen Kabel dran ist, wo man einfach mega geil Gitarren mit aufnehmen kann. Du hast drei Stück davon. Ich habe drei Stück davon, weil ich habe für das Setup, ja was heißt, brauchte ich, wollte ich gerne drei Toms haben. Und habe sonst natürlich gerne die 421er bei mir an den Toms, wenn ich zwei Toms spiele. Ich habe halt nur zwei davon. Ich habe vier. Und habe dann ein bisschen überlegt, wie ich es mache. Und habe gedacht, ja, die Sennheiser hatte ich in der Vergangenheit auch schon mal für Toms benutzt. Ja. Wobei eher im Live-Bereich tatsächlich als jetzt im Studio. Und habe den mal drangestellt und habe über Kopfhörer das Ganze dann gescheckt. Und das ist ja dann immer dieses, wenn du selbst der Producer, Toningenieur und gleichzeitig Artist bist, dann wird es irgendwann ja auch ein bisschen undurchsichtig. Ja. Vor allem fehlt dir der Abstand dann irgendwann, ne? Ja, genau. Und ich habe das gehört dazu. Okay, klar, du hörst natürlich auch viel Toms über die Overheads und so. Und habe dann nachher im Editing beziehungsweise in der Nachbearbeitung echt gedacht so, ja, okay, die Toms sind schon da. Irgendwie, keine Frage. Aber irgendwie sehr verfälscht dagegen. Ich habe dann einfach mal spaßeshalber, als der Song dann fertig aufgenommen war schon, es ist völlig okay mit den Toms. Es ist jetzt nicht so ein Ding. Es stützt sie, ne? Ja, genau. Also Overhead ist wirklich das Wichtigste. Da habe ich ein schönes ORTF-Setup gehabt mit meinen Neumännern, KM 184. Das klingt fantastisch, ja. Das heißt, die Toms sind einfach nur da, um es fetter zu machen, ne? Das heißt, die sind natürlich sowieso stark dann auch gegatet. Die sind nur da für den initialen Hit, vor allem für Low End und so was, ne? Völlig okay. Habe einfach mal an zwei Toms dann, die 421er mit den Sennheisern, also mit den Sennheisern, mit den Blackfire 509 zusammen hingemacht und habe einfach nur mal so ein paar Samples aufgenommen. Also das ist wirklich ein riesengroßer Unterschied. Vielleicht ist irgendwas mit meinen Blackfire-Mikros nicht in Ordnung, keine Ahnung. Müsste ich mal schenken. Ich benutze die eigentlich eher so im Bläser-Bereich, ja. Das klingt immer so, als wenn ich jede Woche 500 Mikrofone benutzen würde, ne? Wenn ich dreimal im Jahr irgendwas mit Live-Bläsern mache, irgendwie, dann benutze ich die gerne. Aber die waren an den Toms absolut unbrauchbar, muss man wirklich sagen. Also da war ich sehr, sehr, sehr enttäuscht. Die hängen ja normalerweise vor Gitarrenverstärkern, ne? Also, wie gesagt, da hängen ja dann die 509, 409, wenn man es sich leisten kann, 609 oder 906. Ich bin dann da voll durcheinander gekommen. Ich habe einen 906 tatsächlich auch zu Hause und habe dann gedacht, ist das jetzt das gleiche Mikro oder sonst was? Das ist aber auch völlig wurscht, weil ich mittlerweile Gitarre sowieso nicht mehr über Mikrofon aufnehme. Also entweder benutze ich meinen Ox oder ich gehe aber direkt in den Camper und mache das da. Aber apropos aufnehmen und Gitarre aufnehmen, wir haben ja noch eine schöne Rubrik vorbereitet, und der wir uns ja heute auch noch widmen wollen und dürfen. Wieder mal, nachdem wir ja in Hamburg darauf verzichtet haben. Ja, genau. Und das ist die schöne Rubrik. Song des Monats. Genau. Und ich habe mal was vorbereitet. Also du hast natürlich den Song vorgegeben. Ich habe den Song vorgegeben. Vielleicht verrätst du uns kurz, worum es geht. Hochschild California von den legendären Eagles in einer Live-Version von 1994. Genau. Und dazu gibt es die Geschichte, dass die Eagles sich Anfang der 80er aufgelöst haben, sich heillos zerstritten haben und dann in diversen Interviews der Drummer und ich sage jetzt einfach mal Hauptsänger Don Henley dann gefragt wurde, wann die Eagles denn wieder zusammenkommen würden. Und er sagte nur, wenn die Hölle zufriert. Und dann ist die Hölle zugefroren und das Album heißt, ich halte es mal für die YouTuber hier hoch, das heißt Hell Freezes Over tatsächlich, ist die Live-Aufnahme, die, das habe ich dann von dir erfahren, anscheinend für MTV gemacht wurde oder zumindest im Rahmen von MTV Unplugged Up vorgekommen ist. Ich habe sie mir damals gekauft auf DVD, die habe ich gerade hier in der Hand, weil damals schon in Audiokreisen behauptet wurde, dass es eine der best klingenden Aufnahmen ever ist. Aller Zeiten, ja. Damals schon und ich muss unterstreichen, heute immer noch und ich habe nicht nur diese DVD hier in der Hand, sondern ich habe tatsächlich auch die DTS Surround Music CD hier in der Hand. Wer kennt das Format nicht? Genau, weil ich natürlich ein Heimkino zu Hause habe. Ich wollte es einfach wissen damals, weil die halt die best klingende Produktion ist, habe ich gedacht für mein Heimkino, wenn ich wissen will, wie es wirklich klingt, kaufe ich mir eine best klingende Produktion und habe also diese Variante auch noch. Und ehrlich gesagt, also der DTS-Mix sowohl auf DVD als auch auf dieser CD ist natürlich der gleiche, ist fantastisch. Du sitzt wirklich in diesem Raum und hörst dieses Ding. Und als du dann gesagt hast, Hotel California, war ich erstmal total geflasht, dass ein junger Typ wie du diesen Song in dieser Aufnahme geil findet, weil letztendlich, du warst ja gerade geboren, als das rauskam. Ja gut, ich war ja schon zwei, da war ich ja schon geschmackssicher. Ich wollte gerade sagen, da hast du schon die erste Flöte getrötelt. Da habe ich schon die ersten Papptrommeln schon durchgehalten. Die erste Blechtrommel schon durchgekloppt. Genau. Ja, ich habe den Song tatsächlich, also natürlich kennt man Hotel California, kennt man auch, wenn man 1992 geboren ist, kennt man natürlich den Song. Diese Version habe ich tatsächlich im Rahmen eines Workshops kennengelernt, wo ihn auch jemand als seine Nonplusultra Best Ever Referenz quasi benutzt hat und auch empfohlen hat, da auf verschiedene Aspekte zu hören. Und wie du gesagt hast, der DTS-Mix, keine Frage, also Surround-Mix, für alle, die sich jetzt natürlich fragen, was es bedeutet, wobei die meisten werden es wissen, aber allein schon der Stereo-Mix. Wenn du in einem guten Raum dich bewegst, oder nicht bewegst, sondern am besten sitzt an einer Stelle, am Sweetspot sitzt, dann hast du das Gefühl, weil die, das ist ja, da ist ja nichts, wie sagt man das jetzt, da ist jetzt kein Plug-in wichtig, in dem Mix, der 5.000 Euro kostet oder irgendwas Spezielles macht, sondern die haben einfach das, was die auf der Bühne gemacht haben, haben die 1 zu 1 in den Audiobereich übertragen. Ja. Ja, das heißt, jeder hat seinen konkreten Platz, ja. Es gibt zwar, es gibt einen Shaker und es gibt einmal Maracas in dem Ding, ja. Und die sind halt einfach mal rechts und links, also die, der Shaker kommt von rechts, die Maracas von links. Ja. Und du hast die ganze Zeit irgendwie das Gefühl, dieser Shaker, der muss so groß sein, aber gleichzeitig auch so feine Körner drin haben, dass er so soft und weich, aber trotzdem definierter herkommt. Die Gitarren, du hast das Gefühl, der steht mit der Gitarrenseite drei Zentimeter neben deinem Ohr, aber jetzt nicht, weil es wehtut oder so, sondern einfach, weil du das Gefühl hast, es ist so nah. Und es ist so seidig gleichzeitig, ne? Es ist wirklich, es ist unheimlich, wie sagt man das, wohlig, könnte man es, also ich würde es bezeichnen, wenn ich mich jetzt mit einem warmen Kakao von Kamin sitze, wenn draußen minus 10 Grad ist, so klingt das. Das ist einfach rund, wohlig, angenehm und megamäßig geile Bühne einfach vom Panorama. Ja, ja. Deswegen ist es auch bei mir in meiner Referenzliste, also ich habe davon auch die unkomprimierte Audiodatei, es ist immer gerne genommen und gerne gehört. Ja, für mich klingt es sehr hochauflösen und ich habe mir tatsächlich in Vorbereitung für den Podcast heute nochmal, also nicht, dass ich den Song nicht kenne, wie gesagt, ich habe ja die Aufnahmen auch zu Hause vorliegen, kenne die auch fast in und auswendig, möchte ich sagen. Besser sogar als das Original tatsächlich, weil ich habe von dem Original sogar die LP noch zu Hause stehen, von Hotel California. Aber diese Variante ist mir wirklich aus verschiedenen Aspekten sehr, sehr nah, weil ich sie einfach auch oft gehört habe und genossen habe. und ich empfinde das als sehr hochauflösend. Also es ist wirklich, dass du jeden Bereich, ich habe es dann heute Morgen auch nochmal über den Verum 1 gehört, irgendwie über den Kopfhörer und habe wirklich da gesessen, die Augen zugemacht und einfach nur genossen, weil alles so seinen Platz hat, alles ist irgendwie ganz wohl dosiert und dann habe ich mir das Video halt nochmal angemacht und okay, alles klar, der Audio-Mix ist jetzt nicht, der bildet jetzt nicht die Situation auf der Bühne ab, 1 zu 1, weil der Percussionist stand natürlich hinten links in der Ecke. Der Shaker kommt von rechts. Genau, und die Kongas sind aber links und rechts gemacht zum Beispiel. Aber allein da die Tatsache, wenn der Song anfängt und diese beiden, wie heißen die, Kongas, diese beiden dicken Tiefen, die einen spielt er ja so hoch angepackt irgendwie und dann die dicke Trommel spielt er dann bumm, boh, boh. Das heißt, er schlägt zweimal drauf, bumm, hält das Fell fest, und der dritte Schlag, boh, da ist die Hand vom Fell weg und das Ding atmet hinten nach, also dass du den Eindruck hast, da hat der Kompressor wirklich alles nochmal hochgezogen hinten raus, was irgendwie da war auf dieser Trommel. Ja, vor allem ist da ein Low-End dann. Ja, ja, ein Low-End, aber nicht unangenehm, sondern es ist einfach so, weil es ja auch kein echtes Schlagzeug gibt auf der Aufnahme, sondern es sind ja eigentlich nur die beiden Shaker und diese Percussion halt, diese beiden Kongas. Und das ist einfach, es braucht gar kein Schlagzeug. Dann habe ich mich tatsächlich geirrt, als ich den Song immer gehört habe. Ich habe immer gedacht, es wären zwei zwölfseitige Gitarren. Tatsächlich ist es nur eine, wie auch immer die bearbeitet wurde. Ich glaube, es gibt so Pickups, die so die einzelnen Seiten abnehmen. Das Bild ist irre breit irgendwie. Und ich glaube, dass sie die einen sechs Seiten auf die eine Seite gepackt haben und die anderen sechs Seiten auf die andere Seite. So, verstehst du? Also jede Seite hat einen eigenen Tonabnehmer, mehr oder weniger, so ein Piezo. Und dann kannst du die, wie bei einem Klavier, kannst du ja auch, wenn du ein Klavier Stereo aufnimmst, kannst du ja auch die tiefen Seiten nach links packen und die hohen Seiten nach rechts und so weiter und so ähnlich geht es bei Gitarren. Auf jeden Fall ist dieser zwölfseitige Satz so geil. Dann gucke ich mir das Ganze nochmal an, wie die spielen. Da ist ja ganz am Anfang dieses Ding, wo das Publikum dann so hoch geht, wo der Gitarrist, von dem ich jetzt den Namen tatsächlich vergessen habe, dieses eigentlich Hardrock-Lick spielt, was von Angus Young persönlich sein könnte, auf der Akustik-Gitarre. Und ich habe immer gedacht, der hätte das als Tapping gespielt, so wie das halt Angus ausspielen würde. Du kannst das mit einer leeren Seite, kannst du das mit drei Fingern als Hammer-on-Tapping, kannst du das spielen. Nee, der hat das gezupft und zwar als klassischer Gitarrist mit drei Fingern, mit P-I-P ist der Daumen, I-M-A, das sind die Finger, hat er das gepickt. Und daneben sitzt dann wiederum Joe Walsh, eigentlich das Musical-Genie in diesem ganzen Laden ja nochmal, als wenn da nicht schon genug Genies zusammengekommen sind irgendwie. Und der spielt auch auf seiner Nylon-Akustik, aber so wie Sting Bass spielt, nur mit einem Daumen. Also alles, was er spielt, ist, jeder Ton ist einzeln mit einem Daumen angespielt. Wie kann man so Akustik-Gitarre spielen? Das geht überhaupt gar nicht. Doch, Joe Walsh kann das. Und dann kommt Timothy B. Schmidt, sieht nicht nach einem Schmidt aus, und spielt auf seinem Fender-Jazz-Bass dieses Lick, was die ganze Zeit durchläuft und hält das Ganze zusammen. Also der Song ist musikalisch in der Form, der Song war ja vorher schon gut, ist ja ein guter Song. Aber die Aufbereitung, die Produktion und wie die diesen Song aufbereitet haben für diese Unplugged-Aufnahme, krasser Scheiß, wirklich krasser Scheiß. Und ich war dir sehr dankbar, dass du das wieder auf meine Platte raufgeholt hast, weil ich hatte den Song fast vergessen in der Form. Ja, es ist auch irgendwie jetzt natürlich nicht so ein Titel, der einem ständig begegnet oder sowas. Also der Titel vielleicht noch. Aber die Version ist ja schon spezial. Die läuft ja auch definitiv nicht im Radio oder so. Allein schon wegen diesen zwei Minuten, ich nenne es jetzt mal abwertend, vorgeplänkelt, bis es da mal wirklich losgeht. Was da eben da ist, das ist so wie Van Halen, wie heißt nochmal, der Song, der erstmal mit zwei Minuten Gitarrensolo. Wow. Ist das Eruption? Eruption noch, ja, genau, ja. Ja, ist ein super geiler Song, aber wenn du halt jetzt einfach unterhalten werden möchtest und irgendwie, sag ich jetzt mal so Radio-Bob-mäßig oder so, dann läuft wahrscheinlich nicht Eruption und wenn, dann läuft der wahrscheinlich nach der Einleitung oder so. Das heißt, das sind ja schon Songs, die musst du auf dem Schirm haben und bewusst hören. Ja. Und ich finde oftmals Musik, die man bewusst hören muss, in Anführungsstrichen, ist ja gerade die Musik, die eigentlich geil ist. Ich habe sogar noch zwei, also zwei Dinge, die ich noch erfolge mir. Zum einen, der, wie bei den Eagles ja immer eigentlich, fantastische Chorgesang, der dabei ist, ist einfach erste Sahne und was auch nochmal beweist, diese ganze Aufnahme beweist nochmal, wenn du so viele hochklassige Musiker auf einem Platz vereinst und die sich miteinander musikalisch verstehen und da ein Ding abliefern, dann ist keiner irgendwie der Hero, der zeigen muss, was er drauf hat an seinem Instrument. Es geht ausschließlich um den Song. Und dann habe ich beim Hören heute Morgen tatsächlich noch gehört, dass das mitnichten eine Unplugged-Aufnahme ist, würde man ja jetzt meinen. Weil es bei MTV Unplugged lief, meinst du? So, zu einer Zeit vor allem, wo Unplugged ja auch als Unplugged betrachtet wurde. Mittlerweile ist das ja ein bisschen aufgeweicht und so weiter. Da ist an einer Stelle ein kleiner Synthesizer, der macht so Ja, ziemlich am Anfang, wenn der eigentliche Song losgeht. Genau, und der ist mir nie aufgefallen. Und heute Morgen habe ich gedacht, was ist das denn? Da haben die, also vor allem ohne Not. Es war jetzt nicht irgendwie, dass es den Song jetzt von Hit zu Welthit verändert hat oder so, sondern einfach nur dieses Bock drauf. Ja, einfach nur Bock drauf. Vielleicht wollte der Keyboard auch einfach nur zeigen, dass er auch noch da ist, weil er hinten im Dunkel stand. Ja, vielleicht brauchte der noch ein paar GVL-Credits oder so. Jetzt kommt das Highlight an der ganzen Geschichte. Angeblich ist das ganze Album auf NS10M-Speakern gemischt worden. Angeblich. Angeblich. Angeblich ist mir das komplett egal. So die mehr. Wenn dem so sein sollte, Hut ab. Ich habe jetzt den Namen vom Mischer schon wieder vergessen, weil der ist nämlich auch so ein Genie, so ein Typ, der für unfassbar viel verantwortlich ist. Aber ich bin ja mit Namen nicht so gut. Aber tatsächlich, ja, muss das tatsächlich auf NS10Ms gemischt worden sein. Und das würde auf jeden Fall beweisen, es geht. Und es ging früher auch schon. Letztendlich, klanglich, gönnt euch das ganze Ding und gebt euch einfach mal Hotel California in der 1994er Version. Produziert ist es von Elliot Scheiner und Rob Jacobs. Ja, ich glaube Elliot Scheiner ist das dann auch gewesen. Und die mehr sagt sogar, dass die den Song schon, das Album schon rausbringen wollten. Er war aber mit dem Mix noch nicht fertig. Hat gesagt, Das kommt heutzutage gar nicht mehr vor. Nee, 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 genau. Und dann hat er noch ein Jahr lang weiter gemischt, bis es dann rausgekommen ist. Die wollten ihm dieses Jahr aber nicht mehr extra bezahlen. Hat er gesagt, alles klar, dann beteil ich mich einfach an den Einnahmen. Rückwirkend wahrscheinlich keine schlechte Idee. So die mehr. Ich vermute jetzt einfach mal rumrum. Aber wie gesagt, eine tolle Auswahl zu finden, natürlich in unserer Playlist. Das verständlich. Wo wir alles drauf haben. Da ist jetzt übrigens auch noch ein weiterer Song drauf zu finden, in dem wir damit ja das nächste Mal besprechen werden. Und angesichts der Tatsache, dass jetzt gerade ein neues Album von Ihnen wieder rausgekommen ist, freue ich mich umso mehr, weil ich habe diesen Song ausgewählt, bevor ich erfahren habe, dass ein neues Album rausgekommen ist. Wir werden nächstes Mal sprechen über Friday I'm In Love von The Cure. So. Schön. Schön. Da bin ich gespannt, ja. Und da muss ich gestehen, habe ich auch noch nie in Ruhe mal im Studio gehört. Also ein Anlass, das mal zu tun. Und ihr solltet das natürlich dann auch schon mal tun, wenn ihr Lust habt. Ihr könnt euch vorbereiten dann auf jeden Fall. Genau. Die Hausaufgaben müssen gemacht werden. Eine weitere Aufgabe gebe ich euch auch noch mal. Schreibt mal, was ihr von den Mikrofonen haltet irgendwie, wie der Klang ist. Weil das würde mich mal interessieren im Vergleich. Also man muss ja dazu sagen, die Headsets, die wir sonst aufhaben, sind Kugeln. Das heißt, die haben ein großes Übersprechen zwischen unseren beiden Stimmen, mit denen ich im Mix immer sehr gekämpft habe. Jetzt arbeiten wir mit den beiden Nieren hier, die ja bei der letzten Folge als SM7B auch schon zwei Nieren waren. Genau, auf der Studioszene. Das war so ein bisschen der Anstoß, das mal hier auch zu testen. Und vielleicht schaffe ich es noch mal irgendwann doch mal zwei MD441 an den Start zu kriegen. Dafür muss ich noch mal meinen Sparschalen schlachten, glaube ich. Aber ich bin sehr gespannt, wie euch der Sound gefällt hier über die Nierenmikrofone, ob das auch adäquat ist. Weil ich finde, das hat auch so was Podcastiges. Weil bei Podcasts muss man ja als klassischer Podcast auch ein Mikrofon vor der Nase haben. Sonst ist es ja quasi kein Podcast. Also ich finde es irgendwie auch cool. Ich muss sagen, dass man ja, wir haben ja vorher so ein bisschen getüftelt, wie wir es hinstellen und ob wir direkt reinsprechen oder ob wir das mehr so irgendwie halt von der Seite kommen lassen. Aber ich finde, so ein Mikrofon, wenn wir es schon so präsentieren und jetzt nicht irgendwie das kleine Stäbchenrichtmikro von oben kommen lassen, wäre ja auch noch eine Möglichkeit, so tonangelmäßig das Ganze zu machen. So wie so Interviewszenen gemacht werden. Aber ich finde, wenn so ein Mikro hier steht, dann musst du auch reinsprechen. irgendwie, das ist schon irgendwie, das hat schon irgendwie was. Ich muss sagen, ich mag das sehr. Ich hoffe, dass der Sound, den ich ja dann dieses Mal mischen darf, dass der dann auch mit den alten Aufnahmen oder mit den ersten, ich glaube 63 Folgen, wenn mich nicht alles täuscht, ich glaube, ich habe eben eingetippt Folge 64, kann auch schon Folge 65 sein, dann mithält und auch vernünftig ist. Aber ich bin mir sicher, dass ich das hinkriege. Ja, ich gehe mal davon aus, dass deine Ohren da den deutlich besseren Sound abliefern als meine. Ja, das glaube ich nicht. Aber unabhängig davon, ich habe tatsächlich mit diesem Angelmikrofon mal ausprobiert, ob man damit auch arbeiten kann. Und irgendwie haben die ehrlich gesagt bei mir nie so richtig funktioniert, sodass ich dann irgendwann zu der Erkenntnis gekommen bin, wahrscheinlich muss es dann wirklich das Original sein. Also das ist dann dieses, ich glaube es ist auch Sennheiser, was sie dann bei den Tiny Desk Konzerten von NPR haben. Kennst du die NPR Tiny Desk Konzerte? Da war neulich Dua Lipa. Hab ich gesehen. Ich bin fast hinten rüber geflogen. Das war so geil. Checkt das aus, Leute. Das ist stark. Das war wirklich richtig gut. Und achso, da muss ich noch loswerden, bevor die Folge zu Ende ist. Ich habe eine neue Band entdeckt, die natürlich nicht neu ist irgendwie, mich aber komplett weggeflasht hat irgendwie. und von der mir jetzt natürlich wieder der Name nicht einfällt. Das gibt es doch gar nicht. Wie hießen die noch? Dirty. Dirty. Verdammt. Nächstes Mal erzähle ich es. Total krasser Shit. Die beste Band der Welt. Drei Leute. Dirty. Mann, wie hießen die denn noch? Schreibt es drunter, wenn ihr es wisst. Wenn ihr schon erahnt, wer es ist. Drei Leute. Kommen aus Schweden, glaube ich. Oder Norwegen. Oder Finnland. Irgendwas da oben auf jeden Fall. Der Sänger spielt auch Keyboard. ist ein Höllensänger. Da würde selbst Stevie Wonder sagen, Mann, hätte ich mal jemals so gut gesungen. Und Piano gespielt. Der Basser sieht aus wie Robert Smith von The Cure. Spielt aber einfach einen Drahtbass. Entweder kann er wie Joe Dart groven. Oder der spielt hier Level 42. Mark King weg. Oder sonst was. Alles. Der Drummer. Hölle. Hölle. Der Typ. Und er spielt nicht nur alle Trommeln, die er hat. Er groovt auch noch dabei. Ich habe da vorgesessen und habe gedacht, boah, wo kommt denn jetzt diese neue Band her? Oh, die haben den YouTube-Kanal vor, keine Ahnung, 15 Jahren gegründet. Verdammt, warum hat das in meiner Blase bisher nicht stattgefunden irgendwie? Und dann habe ich noch ein Video gesehen, wo die zusammen, diese drei zusammen mit Corey Wong vom Wolfpack zusammen Thriller gespielt haben. Also das Gebläse und die Gitarre von Corey Wong. Und die Basissektion war dann halt dieser Pianist, Johann Sonn heißt der, oder Jonas Sonn irgendwie, der Bassist und der Schlagzeug von Dirty. Ohne Wort, gucken wir uns gleich an. Du bestimmt auch. Und dann müssen wir nächste Woche, nächste Woche, in zwei Wochen müssen wir dringend reden. Und schalten sie auch in zwei Wochen wieder ein, wenn Jonas wieder irgendwelche Sachen vergisst, die er gerne erzählen möchte. Ja, aber das passiert schon mal, ne? Ja, hin und wieder. Wenn man, ja. So, meine Damen und Herren. So sagen ja nur Deutsche. Wer so sagt, hat noch nichts geschafft. Genau. Ich würde sagen, wir beschließen die heutige MD421-Premieren-Folge. Ja. Und, ja, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn der Jonas folgendes sagt. Ich zitiere mal den Lieblingswitz von Abdelkarim, den ich gestern Abend gehört habe. Was ist ein dünner Frosch? Magerquark. So. Wir sehen uns in zwei Wochen. Bis die Tage. Macht's gut und jassas. Ich hätte auch Thorsten Sträter nehmen können. Ja. Der hat gesagt, er möchte einen Laden für Ballerinas und Feuerwehrleute eröffnen. Der heißt dann Tü-Tü-Tata. Tü-Tata.